Hi, I'm Shanda. Und ich bin Johanna. Zusammen sind wir Talespin, musikalische Märchen für Groß und Klein. We at Talespin are always on the lookout for musical fairy tales from around the world. We rework them, rewrite them and translate them. And then together, with our composers and illustrators, turn them into new artistic creations. Anders gesagt, verbinden wir mehrere Kunstrichtungen zu einem lebendigen, großen Musikbilderbuch für den Konzertsaal. Jetzt aber wagen wir etwas Neues. Wir wollen ein Hörbuch für Kinder herausgeben. Dafür haben wir eines unserer Lieblingsmärchen ausgesucht, und zwar Der Affe, der nach Ärger suchte, ein Märchen aus Trinidad. Held dieser Geschichte ist ein kleiner, frecher Affe, der auf der Suche nach köstlichen Kokoskeksen noch ganz andere Abenteuer erlebt. We all know kids, or probably people who have them. And we know how difficult it is to find quality, original gifts for children. This book and CD is going to be that perfect gift. Unser Hörbuch kommt erst im Februar heraus, aber alle unsere Unterstützerinnen bekommen bereits im Dezember ihr exklusives Vorverkaufsexemplar und können sich somit den Weihnachtsstress ersparen. For more details, see the Rewards-Section on this page. Unser Hörbuch ist auf neun verschiedene Weisen zu genießen. Entweder kriegt man es auf Deutsch, Englisch oder Französisch, und man kann es jeweils entweder nur lesen, nur hören oder beides zusammen. Erika Chen composed the music to this tale, and Hilal Auge drew the illustrations. Our narrators are Brian Benner, Raphael Van Bargen, and Anaïs Tamizier. We appreciate any help you can give us to get this project off the ground. No amount is too small to give, but please keep in mind, no amount is too large either. Thank you. Thank you.